Diese Manifestationsanleitung gebe ich meinen Kunden weiter. Nimm dir ein Blatt und schreib in die Mitte rein, was du dir wünschst. Gehen wir mal davon aus, das sind jetzt 5000 Euro. Oben schreibst du auf das Blatt das Gefühl, das zu den 5000 Euro passt. Wie würdest du dich fühlen, wenn du das Geld hast? Das ist ganz wichtig, weil das ist der Schlüssel und das ist das Geheimnis, um zu manifestieren. Brauchst du den Code, du brauchst den Schlüssel. Und der Schlüssel sind immer die Emotionen, die Schwingung von dem, was du dir wünschst. Unten rechts schreibst du rein, wie du dich aktuell fühlst. Und unten schreibst du dir auf, wie du dich jetzt gerade fühlst. Wie fühlst du dich in Bezug auf deinen Wunsch? Spürst du Mangel? Spürst du Zweifel, dass du es nicht schaffst? Jetzt weißt du, wie du dich nicht fühlen willst und du hast den Schlüssel zu der Emotion, zu der Schwingung, wie du dich fühlen willst. Deine Arbeit ist es jetzt, täglich daran zu üben, in dieses Gefühl zu kommen und dieses Gefühl beizubehalten. Natürlich ist es nicht einfach, den ganzen Tag diese Emotion zu halten. Was du tun kannst, ist immer wieder zu üben, in die Emotion reinzugehen. Deine Arbeit ist es nicht einfach, das geht anbieter. Du schreibst du deinem Bezug auf deinen Wunsch. Du schreibst du dir, wie du dich aktuell fühlst.